Servus! Du wolltest dir mal sehen, wie es bei uns so ausschaut. Das zeige ich dir jetzt mal, wo wir da sind und wie geil das da ist. Ja, wo wir sind, das heißt Castaway Beach Bungalow. Da geht man dann das rein. Da ist die kleine Rezeption. Da kann man sich einen Kaffee holen am Frühstück. Und dann geht man da so viel rein. Und dann bist du schon am Strand. Das ist dann da herüben. Das ist so eine Sandbank. Da kann man dann da so viel rein gehen. Wir haben wirklich glasklares Wasser. Es ist echt, da haben wir da hinten. Ja, schaut das auch so aus. Also das Haus kann man auch mieten. Das kostet 100 Euro am Tag. Dann kann man das da auch mieten. Und da sind wir. Da links mit dem orangenen Bikini. Das ist meine Freundin Silvia. Das hat der Philipp. Und die anderen zwei sind eins dahinter. Ja, so wohnen wir. So schön haben wir es da. Und ja, so nah sind wir am Wasser. Da wacht man dann auf und dann hast du am ganzen Tag die Aussicht. Also ich sage mal so, es könnte echt schlimmer sein. Es lässt sich aushalten. Es ist gerade noch so zum aushalten. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß in der Kälte. Wir sehen uns. Wir sehen uns.